Ja, es ist endlich soweit. Master Duel ist draußen und nicht alle Ängste wurden bestätigt, darunter auch die Angst, dass es Pay2Win sein könnte, denn das Ganze ist es nicht. Das Ganze kann man spielen, ohne einen Cent auszugeben, doch wie das Ganze eigentlich funktioniert, das schauen wir uns heute an, beziehungsweise erkläre ich euch hier mal Schritt für Schritt. Zunächst einmal, das Spiel selber ist kostenlos. Es gibt eine Ingame-Währung und zwar Edelsteine und diesen Edelsteinen kann man sich eben alles dort kaufen. Diese bekommt man unter anderem durch den Solo-Modus, Rank-Modus, Kampf-Pass bzw. Dual-Pass oder auch andere Sachen wie Missionen. Wichtig zu erwähnen ist, dass man diese Edelsteine auch so kaufen kann, sprich auch mit Echtgeld, aber das ist eben nur optionär und braucht man eben nicht, weil man eben genug Gems auch for free eben bekommt. Doch wie geht das Ganze? Naja, zunächst einmal musst du natürlich das Spiel installiert haben. Dort, wenn ihr dann in das Spiel reingeht, seht ihr schon, müsst ihr das Tutorial spielen. Dort wird euch eben Yu-Gi-Oh! von Grund auf einmal erklärt, sprich eben wie Yu-Gi-Oh! einfach funktioniert. Wenn ihr das Ganze geschafft habt, dann bekommt ihr bereits eure ersten Edelsteine, was schon mal natürlich sehr nice ist und ihr könnt ein Starter-Deck auswählen. Hier habt ihr die Auswahl zwischen drei Decks. Hierbei empfehle ich am besten das Synchro-Deck zu nehmen. Warum? Nicht, weil Synchro so toll ist, sondern einfach, weil dort eben dreimal MST drin ist, also Mystischer Raumtaifun. Und das ist einfach eine sehr gute Karte und die bekommt ihr dann halt eben for free in diesem Starter-Deck. Aber keine Angst, falls ihr euch nicht richtig entscheiden könnt oder bereits anders entschieden habt, könnt ihr die anderen zwei Starter-Decks immer noch bekommen und zwar über die Mission. Also keine Angst, falls ihr jetzt das falsche ausgewählt habt. Wenn ihr das getan habt, werdet ihr sehen, dass das Spiel euch auffordert, eben nochmal was zu installieren. Das liegt einfach daran, dass bisher eben nur quasi das Tutorial runtergeladen wurde, jetzt aber eben das restliche Spiel runtergeladen wird. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr einfach starten und geht einfach mal in das Einführung, beziehungsweise in die Einführung selber. Das findet ihr bei Solo im Menü, dort ist das Ganze eben drin und da kriegt man sehr, sehr viel Edelsteine und unter anderem auch Karten, wie zum Beispiel Wiedergeburt oder Reigeki oder Verstärkung für DME, was eben sehr gute Karten sind. So, wenn ihr das Ganze jetzt durchgespielt habt, dann fragt ihr jetzt sicherlich, okay, ich habe jetzt das Tutorial gespielt, ich habe die Einführung gespielt, wie weit bin ich denn jetzt? Und die Antwort darauf ist, ziemlich weit. Denn wenn ihr das getan habt und euch die täglichen Belohnungen und die Missionen abholt, dann seid ihr schon ungefähr bei 9000 Edelsteine. Was 9000 Edelsteine sind, kommen wir gleich noch zu, wie viel das eigentlich ist, aber 9000 ist schon eine ordentliche Menge und diese Summe reicht eigentlich schon, um das ein oder andere Deck fertigzustellen. Nicht jedes Deck, muss man natürlich hier erwähnen, aber so gut wie jedes. Um jetzt weitere Edelsteine zu bekommen, müsst ihr weiter den Solo-Modus bzw. die Story durchspielen. So bekommt ihr halt eben zusätzliche Edelsteine oder ihr erfüllt die täglichen Missionen, die es gibt. Dort bekommt ihr ebenfalls Edelsteine, aber auch für tägliches Anmelden bekommt ihr Edelsteine. Ihr merkt schon, ziemlich viele Edelsteine. Oder wenn ihr in den Rank-Modus geht zu Beginn, kriegt ihr dort ebenfalls nochmal einen Haufen Edelsteine. Ich zum Beispiel habe Master Duel zum Zeitpunkt dieses Videos 4 Tage gespielt. Darunter habe ich ein Rank gespielt mit einem Monarch-Starter-Deck und ich habe den kompletten Solo-Modus durchgespielt. Und aktueller Stand jetzt eben, wie gesagt, 4 Tage spielen, heißt auch die Anmeldeboni etc. Ein Rank und den kompletten Solo-Modus durchgespielt, habe ich jetzt ungefähr 18.000 Edelsteine, was dann nochmal eine ordentliche Menge mehr ist als eben 9000. Ihr seht also, es ist natürlich nicht ganz so fix. Klar, nach 2 Stunden habt ihr bereits 9000 Edelsteine, aber dann, um die komplette Story durchzuspielen, braucht ihr doch ein bisschen Zeit und werdet am Ende dann nochmal ungefähr mit 9000 Edelsteinen belohnt. Ihr seht, natürlich ist das Spiel nicht irgendwie in einem Tag komplett durchspielbar, was aber auch ziemlich cool ist, denn klar, Konami möchte auch einfach, dass man das Spiel etwas länger spielt. So, wenn wir jetzt 18.000 Edelsteine haben, wie zum Beispiel bei mir, dann heißt es noch nicht, dass ihr komplett fertig seid und nie wieder Edelsteine bekommt. Nein, wie gesagt, durch Rank, tägliche Mission oder einfach durchs tägliche Anmelden, bekommt ihr immer noch weiterhin Edelsteine und könnt damit eben noch weitere Edelsteine anhäufen. Wichtige Info an dieser Stelle, wo wir gerade von anhäufen reden. Die Edelsteine haben ein Limit und zwar, ihr könnt nur 10.000 Edelsteine auf eurem Konto haben. Bedeutet also, sobald ihr mehr habt, könnt ihr diese nicht mehr einsammeln. Ich habe auf meinem Account das Ganze gemacht. Ich habe nämlich gesagt, am Ende so ungefähr bei der Hälfte. Ich möchte alle Belohnungen erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 6.000 Edelsteine und dann wollte ich eben alle erhalten klicken. Habe ich auch gemacht, wollte diese einsammeln und dann kommt ein Error und zwar, sie können nicht alles einsammeln. Dann gucke ich nach, ja, 6.000 Edelsteine kann ich nicht einsammeln, weil 6.000 plus 6.000 ist 12.000, geht übers Limit hinaus und deswegen kann man das Ganze nicht einsammeln. Sprich, passt bitte auf, dass ihr unter diese 10.000 bleibt. Also sammelt lieber die Belohnungen einzeln ein, als eben alles auf einmal einzusammeln mit dem Knopf alles einsammeln. Ist natürlich viel schöner und einfacher, aber es kann halt passieren, wenn ihr dann über 10.000 bei allen einsammeln kommt, dass ihr irgendwie nicht mehr alle einsammeln könnt. Also vorsieht hier, bleibt am besten immer unter 10.000 und sammelt eben Stück für Stück eure Belohnungen ein. Doch was machen wir jetzt mit den ganzen Edelsteinen? Naja, zu Beginn solltet ihr einfach mal den Duellpass kaufen. Der ist ziemlich sinnvoll, denn wenn ihr den kompletten Duellpass durchgespielt habt, dann habt ihr automatisch eure Edelsteine wieder, die ihr eben für diesen Pass ausgegeben habt. Also habt ihr plus minus 0, aber bekommt noch eine Menge an Cosmetics und auch an Crafting Points. Wofür wir die brauchen, kommen wir später nochmal zu. Und daher lohnt sich der Pass auf jeden Fall, da er plus minus 0 ist und eben noch eine Menge gratis Sachen mitbringt. Wenn ihr euch das gekauft habt, müssen wir jetzt langsam mal auch irgendwie Karten kaufen. Hierfür gibt es verschiedene Wege. Die beste Variante ist, wenn ihr bei Spezial einfach ein Bündel kauft. Hier habt ihr drei verschiedene Bündel aktuell und zwar einmal ein Bündel, wo ihr 10 Booster kriegt mit einer bestimmten Karte. Und die bestimmten Karten sind unter anderem Lightning Storm, Judgment und Ash Blossom. Drei super gute Metakarten, daher lohnt es sich das zu holen, einfach wegen einer dieser drei Karten und eben auch wegen den 10 Booster Packs. Wenn ihr jetzt diese 10 Booster Packs geöffnet habt, kann es passieren, dass ihr ein geheimes Pack freischaltet. Und die wollen wir haben, denn geheime Packs bekommt man, indem man eine Karte aus eben diesem Pack zieht. Dann bekommt ihr einen Schlüssel und schaltet eben dieses geheime Pack frei. Dies ist leider nur 24 Stunden da, danach ist es wieder weg, aber ihr könnt es immer und immer wieder freischalten. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wofür brauchen wir denn so ein geheimes Pack? Naja, geheime Packs sind quasi kleine Packs, die gebündelt sind, wo nur gewisse Archetypes drin sind. Wir nehmen zum Beispiel, wir wollen ein Cyber Drachendeck bauen. Natürlich könnten wir jetzt einfach irgendwelche Master Packs Duels öffnen und hoffen, dass wir da irgendwie Cyber Drachen ziehen. Jedoch sind da über 7000 verschiedene Karten drin und dass wir genau die Cyber Drachen Karten ziehen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aus diesem Grund lohnt es sich mehr, dass geheime Packs, wo eben Cyber Drachen drin ist, zu ziehen. Denn dort ist quasi fast nur Cyber Drachen drin, beziehungsweise ähnliche Karten, die eben rund um dieses Deck existieren. Deswegen lohnt sich das Ganze sehr. Falls ihr jetzt aber bei euren 10 Booster nicht euer Lieblings Deck oder beziehungsweise euer Archetype gezogen habt, habt ihr natürlich nicht das geheime Pack dafür freigeschaltet. Und jetzt könnte man sich denken, dass man vielleicht irgendwie so oft ziehen muss, bis man das Ganze gezogen hat, aber nein, so ist das Ganze nicht. Außerdem müsst ihr nicht unendlich oft euch das Booster kaufen, bis ihr endlich eure Karten gezogen habt, die ihr braucht. Denn man kann ja craften, habe ich ja vorhin schon erzählt, dass man irgendwie Karten craften kann. Und auch über das Crafting System kann man ebenfalls geheime Packs freischalten. Also, wenn wir zum Beispiel Cyber Drachen als Geimes Pack haben wollen, es aber nicht in den ersten 10 Boostern freigeschaltet haben, können wir einfach eben uns ein Cyber Drachen craften. Und durch dieses Craften wird dann das Cyber Drachen Booster freigeschaltet und können dort dann eben lustig weiter Karten kaufen und schon einen großen Teil unserer Stacks eben zusammensammeln. Aber wie gesagt, wir müssen dann nicht 100 Mal irgendwie Booster ziehen, denn wir können uns noch Karten craften. Ich habe schon erzählt, dass man sich einen craften sollte vielleicht. Wie geht das Ganze? Das erkläre ich eben in Schnelldurchlauf. Denn im Master Duel ist es so, dass ihr Karten zerlegen und craften könnt und damit Crafting Points bekommen könnt, beziehungsweise eben ausgeben könnt. Ihr braucht dafür einfach nur Karten, die eben in eurem Besitz sind. Wie gesagt, durch Booster bekommt ihr das Ganze ja. Und falls ihr jetzt zum Beispiel eine Super Rare bekommt, könnt ihr eine Super Rare auch wieder zerlegen. Natürlich solltet ihr nur Super Rares zerlegen, die ihr auch nicht braucht. Wenn ihr jetzt eine Super Rare zerlegt habt, die ihr nicht braucht, dann bekommt ihr dafür Crafting Points. Wenn ihr genug Crafting Points habt, könnt ihr eine beliebige Karte eurer Wahl eben craften. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass nur Super Rare Crafting Points für Super Rare Karten gelten und Ultra Rare Points zum Beispiel nur für Ultra Rare Points brauchen. Das bedeutet also, falls ihr eine Karte haben wollt, die Ultra Rare ist, braucht ihr dafür Ultra Rare Points. Wenn ihr eine Karte haben wollt, die Super Rare ist, braucht ihr natürlich Super Rare Points. Hierbei ist übrigens das Tauschverhältnis 3 zu 1, sprich ihr braucht dreimal eine Seltenheitstufe, um eben eine beliebige Karte freizuschalten, die ihr wollt. Ich finde das System ziemlich gut, denn oft ist es so, dass wir im Booster natürlich Karten ziehen, die wir einfach nicht gebrauchen können, weil entweder die Karte nicht spielstark ist oder weil wir einfach diesen Archetype total langweilig finden und das Ganze nicht spielen wollen. So können wir das Ganze einfach eben verkraften und dafür dann uns Karten holen, die wir eben gerne haben möchten. Wichtig zu erwähnen ist noch, es gibt Karten, die einen Foileffekt haben bzw. eine Seltenheitstufe haben. Die haben dann nicht das 3 zu 1 Verhältnis, zum Beispiel gibt es eine Karte, die komplett glitzert. Man hat jetzt noch keinen offiziellen Namen dafür, aber die ist eine 1 zu 1 Verteilung. Dann gibt es noch Karten, die Teilfoil sind, da ist es ein 2 zu 1 Verhältnis. Ihr seht, Seltenheitstufe sind natürlich deutlich besser, aber ist ja auch Glück, wenn man sie zieht. Übrigens kann man auch diese Seltenheitstufe durch Craften erhalten. Ist halt wie gesagt komplett zufällig. Ja, also ziemlich simpel, so kann man ganz einfach sein Deck bauen. Ihr holt euch einfach ein Bündel, dann schaltet ihr frei euer Lieblingsdeck-Thema, kauft das Booster ganz oft und fertig. Gibt es bei der ganzen Sache einen Haken, fragt man sich jetzt. Und die Antwort ist jein, denn es gibt quasi einen kleinen Haken an der ganzen Sache. Es stimmt, dass 18.000 Edelsteine reichen, um eben ein komplettes Deck zu bauen eurer Wahl. Denn aufgrund eben das Crafting-System könnt ihr Karten weggeben, die ihr nicht mehr braucht und Karten holen, die ihr braucht. Und so habt ihr eben ganz einfach ein komplettes Deck. Doch den Haken, den ich meine, liegt nicht im Crafting-System oder an den Boostern in Masterdool, sondern das Problem liegt eigentlich quasi bei dir, beziehungsweise eben bei deinem Wissen. Denn wichtig ist hier, ihr merkt schon, hier muss man Karten umwandeln, die man gerne haben möchte. Und was braucht man, um eben Karten zu holen, die man möchte? Man muss wissen, was man möchte. Und dafür braucht ihr einfach eine gute Deckliste, die eben funktioniert. Denn einfach Karten ranholen zum Testen ist ziemlich teuer, da ihr ein 3 zu 1 Verhältnis habt. Sprich, ihr verliert ja immer eben Crafting-Points. Und das wäre ziemlich schlecht, wenn ihr einfach drauf loscraften würdet. Also informiert euch vorher unbedingt zum einen, was ihr spielen wollt und wie ihr spielen wollt. Deshalb empfehle ich euch einfach, schaut einfach auf YouTube. Dort gibt es eine Menge Videos zu verschiedenen Decks. Einfach mal YouTube oben eingehen und schon findet ihr sicherlich eine Menge von eurem Deck. Und falls ihr das nicht dort findet, ich verlinke euch mal unten in der Infobox nochmal ein, zwei Seiten. Dort sind auch nochmal gute Decklisten zu Master Tour. Dort kann man sich Anregungen holen oder einfach mal kopieren. Reicht auch, man kann auch die Deckliste kopieren und später nochmal das Deck natürlich anpassen. Ja, ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Variante. Es gibt zwar eine Möglichkeit im Game selber nach Decklisten zu suchen, aber leider, meiner Erfahrung nach, sind die meisten Decklisten nicht optimal gebaut und eben nicht den aktuellen Standards angepasst. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch zu Beginn gut informiert über euer Deck, bevor ihr einfach irgendwelche Booster kauft, beziehungsweise irgendwelche Karten eben zusammencraftet. Und fertig ist es. So einfach könnt ihr nach nicht mal einer Woche irgendein Deck bauen, was ihr wollt, mit jeder Karte, die ihr möchtet. Egal welche, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Und falls ihr euch fragt, ist das denn wirklich so? Ja, die Antwort ist ja. Denn zum Beispiel Juli und ich haben zusammen ein Turnier veranstaltet mit ungefähr 100 Teilnehmern und dort wurden diverse Decklisten abgegeben und das Spiel war noch nicht mal sehr lange draußen. Jetzt könnte man denken, okay, das Spiel ist noch nicht lange draußen und irgendwie müssen die Leute ja auch noch ihre Edelsteine sammeln, ihre Decks bauen. Das waren bestimmt alles Decks, die nicht komplett waren. Doch, war es schon. Alle Decks, die abgegeben wurden, waren komplett metaorientiert, beziehungsweise waren eben komplett zusammengesetzt. Und man konnte nicht sagen, da fehlt doch irgendwie was. Warum spielst du das nicht? Nee, es waren komplette Decks, wie eben die Spieler es spielen wollten. Und hierbei war nicht nur irgendwie ein bestimmtes Deck ganz oft. Nein, es war komplett durcheinander. Wir hatten Eldlich, wir hatten Dino, wir hatten Steinbefreier, wir hatten Dunkle Magier, wir hatten Blue Eyes, wir hatten Tritron, Tree Brigade, 2 Draco. Also, ihr seht, vieles, vieles mehr. Man kann einfach wirklich jedes Deck zusammenbauen, eben wenn man anfängt mit Master Duel, was einfach zeigt, dass es eben nicht Pay-to-Win ist. Wie gesagt, was höchstens sein kann, was man sagen kann, man muss schon gutes Wissen haben, um eben ein gutes Deck zu bauen. Aber es liegt ja an dir, man kann sich ja gut genug informieren, bevor man eben drauf loskauft, beziehungsweise sich eben Booster kauft oder irgendwelche Karten craftet, die dann doch nicht so gut sind, wie man sie dachte. Also, falls nochmal jemand zu euch kommt und sagt, Master Duel ist doch Pay-to-Win, den schickt sofort in die Ecke oder zeigt dieses Video, denn das Ganze ist auf jeden Fall nicht so. Klar, ihr müsst vielleicht in ein paar Tagen spielen, aber ich denke mal, das lässt sich verkraften, denn ihr wollt ja auch Yu-Gi-Oh! spielen. Ja, das war eine kleine Einführung, wie man besser mit Master Duel anfängt. Ich hoffe, ich konnte in ein oder anderen auf jeden Fall damit helfen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen viel Spaß beim Duellieren. Ich hoffe, 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 ich hoffe Bis zum nächsten Mal.